Applaus Bürger von Kaiserstuhl, Hört und hört alle gut zu. Der Schulteis Johannes hat verordnet, dass euch die strengen Wiesigen wieder mit Konta und mitteilt werden und wisst auch, wer sich nicht dran haltet, wird büsst, kommt in Trüli oder wird in Turmd. Ihr seid darum alle gut dran, weil die strengen Wiesigen treu befolgen. Es hat zweitens den hochvollörblichen Schulteis mit dem Stadtrat angeordnet, dass es streng verboten ist, ausserhalb der Stadt ein Haus zu bauen oder eine Schür. Joachim, was steht zu teuer? Nicht zu teuer, eine Schür. Du, die darfst du nicht bauen, ausser an der Stadt und ein Haus gerade auch nicht. Ja, warum denn nicht? Es hat in der Stadt sowieso keinen Platz mehr. Ja, ja. Es ist ein wenig verrückt, dass wir alles in Ordnung haben. Du, ohne die Einwilligung vom Schulteis und vom Rat darfst du nicht einmal dein eigenes Haus verkaufen. Ja, warum denn nicht? Ja, weil der Käufer muss anweisen, dass er das Haus in Dach und Gemach und sonst auch noch in guten Ehren wird halten. Und einen Auswertigen muss sich sowieso zuerst einkaufen und 200 Gulden vermögen muss er auch noch haben. Ja, aber das ist ja eigentlich schon recht, denn wir in den Kaiserstuhl. Wir wollen doch nicht jeder. Und wir müssen auch nicht froh sein, wenn sich jemand noch einbürgern will, Björl. So, ihr zwei schwingt jetzt endlich neben Ruhe. Wo kommt noch dazu? Ruhig. 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 Schau da drei. An der Gemeindesversammlung müssen alle teilnehmen, wenn ihr die Glocke hört ruhen. Da gibt es keine Ausrede, auch nicht, wenn ihr Arbeit habt oder wegen der Feldreise. Sonst gibt es einen Busse, wo sonst gut. Einen Busse gäbe es, wenn ihr in die Versammlung gehst. Kinder sassen, dürfen keine Gewerbe betreiben, die zu irgendeinem Bürger in Konkurrenz stehen würden. Und von der Gemeindesversammlung bleibt es ausgeschlossen. Abstimmen dürfen nur die Familienväter. Ruhig. Ruhig. Momentan zum Wetter. Er hat nicht Wetter gesagt. Familienväter. Nur diese dürfen abstimmen gehen. Das sind die alten und neuen Verordnungen und Wiesigen. Bürger vom Kaiserstuhl. Haltet euch dran. Hochschul! Ja, genau. Die Bank von Bergen, Frau Bärbäck, Frau Bärbäck, Frau Bärbäck!